Er hat dann tatsächlich jemand zuberufen vom Rand, dass ich, das war beim Laufen, dass ich an Position 7 meine ich bin. Und da war das Ganze dann schon deutlich erreichbarer für mich. Und da dachte ich auf einmal so, ups, du kannst dich für die WM qualifizieren. Das erste Mal vom eigenen Hawaii habe ich eigentlich durchs Fernsehen natürlich erfahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist, aber da war es halt noch so, da hatte ich mit Triathlon noch nichts am Hut eigentlich so richtig, außer dass ich das eben so ein bisschen familiär mitbekommen habe, weil mein Vater auch Triathlon macht. Das war eigentlich so der einzige Berührungspunkt. Aber das ist eben was, was man sich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht vorstellen konnte. Also erst mal diese ganzen Disziplinen einzeln ist schon unfassbar. Also da dachte ich so vier Kilometer schwimmen oder fast vier Kilometer schwimmen, also eher sterb ich. Das war für mich absolut utopisch. Und dann noch mal 180 Kilometer Radfahren und dann noch Marathon dranhängen. Also das sind einfach Leistungen, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Ich habe immer schon viel Sport gemacht in meiner Kindheit und Jugend und so. Das kam auch so ein bisschen durch meine Eltern, weil die da auch sehr engagiert waren, früher auch Leistungssport gemacht haben. Ich bin geschwommen, wobei auch nur ungerne und irgendwann habe ich es dann halt auch früh wieder gelassen. Dann habe ich Fußball gespielt, eine sehr lange Zeit. Dann habe ich Tennis gespielt, auch eine Zeit lang und Leichtathletik halt vor allem. Irgendwann ist es dann eben so, dass man sich dann schon entscheiden muss für irgendwas. Ich habe mich dann am Ende für Leichtathletik entschieden und auch im Bereich der Leichtathletik gibt es natürlich sehr viele Disziplinen. Ich habe dann so 3.000 bis 10.000 ungefähr immer so gemacht als Wettkampf und habe das dann teilweise eben auch so ein bisschen leistungssportlich gemacht, sehr viel trainiert. Ich hatte dann aber auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, also Überlastungsprobleme, mehrere Ermüdungsfrakturen und habe dann eben gemerkt, dass das, also dann bin ich eben verletzungsbedingt eigentlich so ein bisschen auch sehr zum Radfahren gekommen. Ich habe dann ganz viel auf dem Rad meine Stunden verbracht und das Letzte, was eben dann irgendwann noch so fehlte, war das Schwimmen, was ich eigentlich nie konnte und wo ich auch nie so richtig Spaß daran hatte. Deswegen kam dann eigentlich erstmal immer nicht so richtig in Frage. Bis eigentlich so letztes Jahr im März, da habe ich dann eigentlich so richtig erst angefangen zu schwimmen zu lernen. Ich werde nie der perfekte Schwimmer werden, das wird immer meine schwächste Disziplin bleiben, aber trotzdem Spaß hatte ich trotzdem irgendwann dann auch selbst beim Schwimmen. Kaul gelernt habe ich dann im März 2022 angefangen, eben im Trainingslager und hatte zwischendurch auch immer wieder mal so ein Einzelcoaching in Hamburg. Theoretisch hätte ich tatsächlich ideale Trainingsbedingungen, auch schon ein paar Jahre länger. Wir sind hier bei meinen Eltern in meiner Heimat sozusagen. Die haben hier so einen Gegenstrompool im Garten praktischerweise und das ist auch nicht so allzu weit von Kiel entfernt. Also wir sind hier in kleinen Rönau, also dreiviertel Stunde ungefähr von meinem aktuellen Wohnort. Insofern ist es eigentlich echt ideal, um hier richtig gut schwimmen zu lernen, beziehungsweise nicht zu lernen, sondern einfach zu trainieren. Sprinten, das kann ich eigentlich vergessen. Wenn ich jetzt bei einem Sprint Triathlon starten würde, dann würde ich wahrscheinlich aus dem Wasser kommen, wenn die anderen schon alle im Ziel sind. Deswegen kann ich damit jetzt nicht so viel anfangen. Deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, gleich als ersten Triathlon die Mitteldistanz zu machen. Das habe ich dann in Duisburg gemacht, letztes Jahr. Und das war auch, also das war so unfassbar geil. Also ich war so geflasht von dem Eilen. Das war super Stimmung. Es war geiles Wetter. Die Schwimmstrecke war auch in Ordnung. Ich bin zwar ganz, ganz weit hinten aus dem Wasser gekommen, muss man sagen, aber dann war es halt so, dementsprechend, ich habe halt beim Laufen und beim Radfahren im Anschluss dann insgesamt noch tausend Leute überholt. Und das ist natürlich mental eigentlich eine richtig gute Geschichte, weil man halt, sobald man aus dem Wasser kommt, eigentlich nur noch überholt. Ich wurde kein einziges Mal überholt, sondern ich habe halt immer nur Kette rechts und Blinker links und dann Vollgas. Und genau, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich danach eigentlich für mich feststand, das mache ich weiter. Dann habe ich meine zweite Mitteldistanz im März gemacht, jetzt. Das war auf Lanzarote. Also das war, ist natürlich von den Bedingungen her absolut nicht zu vergleichen mit so Duisburg oder so, wo es halt einfach nur flach ist und kein Wind und was weiß ich. Also Lanzarote geht schon richtig ab. Aber es war trotzdem richtig geil. Es hat mir so viel Spaß gemacht wieder. Ich mag eigentlich profilierte Strecken ganz gerne. Früher, da war ich auch noch ein bisschen leichter, da war es dann noch ein bisschen besser. Aber trotzdem, also ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin jetzt nicht unbedingt, ich komme halt nicht aus dem Radsport. Insofern bin ich jetzt auch nicht unbedingt so der Technik-Profi bei den Abfahrten. Ja, muss man dann halt mal sehen, wie das wird. Aber ja, ich bin offen für die Herausforderungen und habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich wollte dann eben schon auch verhältnismäßig schnell auf die Langdistanz und hatte eben in Deutschland, kam eigentlich für mich nur Hamburg in Frage, weil ich die Stadt einfach richtig geil finde. Und es eben von der Entfernung her jetzt auch nicht so wahnsinnig weit ist, aber ich halt immer schon richtig Bock hatte, da zu racen. Und nachdem dann eben auch bekannt wurde, dass da eben auch Jan Frodeno und alle möglichen Top-Profis nochmal in den Start gehen, wollte ich mir das halt nicht entgehen lassen. Gerade er hört ja jetzt auch bald auf. Und insofern bin ich dann da an den Start gegangen. Das war eben auch wieder ein richtig geiles Erlebnis. Also nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als so eine Mitteldistanz. Das ist ja gar nichts dagegen. Und das lief auch richtig gut. Fast ein bisschen zu gut bis Kilometer 21 beim Laufen dachte ich eigentlich, ich rock das Ding hier. Bin natürlich beim Laufen viel zu schnell angegangen. Im Halbmarathon habe ich noch so einen unter vier Minuten Schnitt gemacht. Und bin dann aber total abgeschmiert, also komplett. Und habe mich irgendwie nur noch von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gehangelt. Und hier links Red Bull, rechts Cola. Das war das Einzige, was mich dann irgendwie noch ins Ziel gerettet hat. Genau. Ja, aber insgesamt, also dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie in der Wechselzone, wo ich dann irgendwie noch versucht habe, ein Blasenpflaster aufzukleben. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und ich da irgendwie bestimmt fünf Minuten verschenkt habe. Und dann war es natürlich auch so, dass insgesamt dieses Rennen in Hamburg irgendwie alles unter dem Schatten von diesem tragischen Unfall stand. Was natürlich irgendwie alles so ein bisschen getrübt hat, die Laune da. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Einzelleistungen teilweise eben trotzdem echt bewunderswert sind. Und das muss man eben trotzdem irgendwie alles anerkennen. Am Ende bin ich dann eben Siebter geworden in meiner Altersklasse. Und ich wusste im Ziel erstens nicht, dass ich Siebter geworden bin direkt. Und ich wusste zweitens auch noch gar nicht, wie viele Plätze es gibt. Und ja, als mir dann ein Kumpel von mir, der mich auch angefeuert hat, gesagt hatte, dass es wohl zwölf Plätze gibt. Und ich mich für die WM qualifiziert habe, bin ich erstmal irgendwie, konnte ich ihm überhaupt nicht glauben. Da dachte ich irgendwie, er verarscht mich und konnte es überhaupt nicht fassen. Also damit hätte ich wirklich nie gerechnet, auch im Ziel habe ich damit noch nicht gerechnet. Ich habe mich erstmal, als ich ins Ziel gekommen bin, wahnsinnig darüber geärgert, dass ich als Endzeit neun Stunden, null Minuten und fünf Sekunden hatte. Und der Ärger wird wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende anhalten. Weil ich hatte tatsächlich auf meiner Uhr auch 8, 59, 23 stehen und dachte, okay, das wird easy was unter neun Stunden. Und man sieht ja die Zeiten dann noch nicht so genau, weil das ja ein Rolling Start ist und so. Und da habe ich mich natürlich erstmal krass drüber geärgert. Aber ja gut, dass ich dann mich für Nizza qualifizierte, das hat dann schon nochmal meine Laune ein bisschen nach oben gehoben. Und natürlich die Tatsache, dass ich das jetzt einfach so über die Bühne gebracht habe und endlich dann meine erste Langdistanz da gefinisht habe. Also das war natürlich gefühlsmäßig ein absolutes Hoch. Als ich erfahren habe, dass die WM jetzt für die Männer nicht auf Hawaii, sondern das erste Mal eben Nizza stattfindet, fand ich erstmal grundsätzlich, unabhängig davon, ob ich mir vorstellen konnte, dass ich mich jetzt dafür qualifiziere, einfach sehr, sehr schade, um es mal so auszudrücken, weil das ja irgendwie immer dieser Mythos war. Es drehte sich eigentlich alles ja irgendwie immer um Hawaii. Jeder Triathlet wollte immer irgendwie einmal nach Hawaii. Und ja, dass sie das dann einfach so, ja, sage ich mal, mit Füßen treten, ist dann doch irgendwie ein bisschen enttäuschend. Und für mich persönlich war es aber eben trotzdem so, dass ich sowieso eigentlich nicht davon ausgegangen bin, dass ich mich dafür qualifiziere jetzt in Hamburg. Und dann ist eben die Überlegung, ob ich diesen Startplatz dann auch annehme. Und ich hatte mich in völliger Übermotivation halt eine Woche vorher gleich nochmal für zwei weitere Rennen im Jahr angemeldet. Und das eine Rennen war Duisburg, 73. Und das zweite Rennen war der Ironman in Italien, der einfach eine Woche später nach Nizza stattfindet, weil ich eben auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich mich da qualifiziere. So, das heißt, wenn ich eben den Startplatz für Nizza annehme, heißt das automatisch, dass ich in Italien nicht starten kann und dann eben auch wiederum die Startgebühren eigentlich futsch sind. Was natürlich dann schon wieder ein krasser Einschnitt ist irgendwie, weil, ja, einmal Startgeld für Italien weg, dann Nizza Startgeld, was eben nur, weil es dadurch, dass es eine WM ist, auch irgendwie gleich nochmal das Doppelte kostet. Ich persönlich war mir dann auch gar nicht so sicher, ob ich diesen Startplatz annehme. Meine Familie war aber dabei und, ja, für die war eigentlich gleich klar, dass ich dann nach Nizza fahre oder dass die auch nach Nizza fahren wollen. Insofern hatte sich das Thema dann auch erledigt. Eben mit einem weinen und einem lachenden Auge, weil dann eben dieser andere, der Start in Italien, eben, ich den vergessen kann. Nachdem meine Familie gesagt hat, okay, wir machen das mit Nizza, wir stehen da hinter dir und unterstützen dich da auch und wir wollen auch nach Nizza, dann war mir eben bewusst, okay, ich starte bei der WM in Nizza. Also ich hatte jetzt lange so ein Cervelo P5X, das heißt lange, das war mein erstes Triathlon-Ratz sozusagen. Bin auch irgendwie gleich sehr hoch eingestiegen. Das hatte ich jetzt ungefähr ein Jahr. Hatte aber irgendwie, ja, schon immer so ein bisschen auf Canyon geschielt. Ich weiß auch nicht wieso, also wahrscheinlich nichts an ProDeno. Und es ist inzwischen ja ein totaler Mainstream geworden. Insofern war mein anderes Rad, als ich vorher hatte, natürlich immer noch was Besonderes. Ja, aber jetzt bin ich irgendwie doch unter die Canyon-Jünger gegangen und habe mir jetzt doch für ein Speedmax entschieden. Ich glaube, dass es auch tatsächlich einige ergeben wird, die mit einem normalen Rennrad starten. Aber ich werde das mit einem Triathlon-Rad machen, also mit dem hier. Gerade, ja, insgesamt ist das, glaube ich, immer noch die beste Option. Man hat eben bessere Verpflegungsmöglichkeiten, viel mehr Stauraum auch für Flaschen und so. Und dann ist, glaube ich, der Aero-Vorteil auf die 180 Kilometer immer noch größer als, ja, die größere Wendigkeit, die man dann bei einem Rennrad hat. Und eben auch so das geringere Gewicht und so. Aber ich glaube, im Endeffekt ist man doch mit einem Triathlon-Rad da im Vorteil. Und außerdem muss ich ja jetzt das Rad auch mal ausführen. In Kiel hat man jetzt nicht so viele Berge, das heißt, da fällt das Profil dann weg. Aber gerade so Intervalle und so, die mache ich sowieso oft auch stationär eben auf dem Zuhause und nicht unbedingt in der freien Wildbahn, weil man das doch ein bisschen kontrollierter machen kann. Und die unterscheiden sich jetzt auch nicht, egal ob jetzt das Rennen profiliert ist oder nicht. Weil, keine Ahnung, 400 Watt sind 400 Watt, ob jetzt am Berg oder nicht am Berg. Also, tendenziell ist es ja sogar so, dass man am Berg die Leistung ein bisschen einfacher treten kann als auf der Geraden. Es war ja teilweise so, dass tatsächlich die Letzten in den Altersklassen mehrere Stunden nach dem Ersten im Ziel gekommen sind. Und ich glaube, dass das am Ende nicht das ist, was eine WM sein sollte, weil das ist ja immer noch eine Weltmeisterschaft und soll eigentlich so die Besten der Besten sich messen lassen. Und insofern sehe ich das eigentlich so sehr zwiegespalten, weil eben auf der anderen Seite ist es auch so, am Ende ist es so, klar, starten da weitaus schlechtere als jetzt die Vorderen, aber trotzdem sind ja die Besten, wenn sie es denn wollen, immer noch dabei. Insofern muss es die ja auch nicht unbedingt kümmern, was jetzt der Rest macht. Ob da jetzt noch einer ist, der fünf Stunden langsamer ist als ich oder nicht, weil trotzdem ja vorne die Spitze dieselbe bleibt. Insofern sehe ich das so sehr, sehr zwiegespalten und glaube, dass es langfristig gesehen Ironman und dem Langdistanz-Triathlon nicht gut tut, wenn es immer so weitergeht. Ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht mit der Altersklasse beschäftigt, also mit den Leuten, die da starten bei mir in Nizza. Einfach, weil ich das noch so ein bisschen ausblenden wollte und sich ein bisschen auf mich konzentrieren wollte. Irgendwann werde ich mich sicher noch mit meinen Konkurrenten sozusagen beschäftigen. Aber ich will das eigentlich so weit wie möglich rauszögern, weil es bei mir sicher eher zu mehr Nervosität und Anspannung führt als umgekehrt. Insofern will ich, solange es geht, mich eigentlich noch auf mich fokussieren, und dann gucken einfach, was geht, weil ich sowieso sehr ehrgeizig bin und jetzt nicht unbedingt drin Ansporn brauchen, wenn ich sehe, okay, keine Ahnung, der schafft eine 8,30 oder so, dann hilft mir das jetzt nicht unbedingt weiter oder sport mich irgendwie noch mehr an. Im Gegenteil, deswegen warte ich da nicht so lange, es geht nochmal ab. Ich würde mich natürlich freuen, wenn am Ende wieder irgendwer zugruft, dass ich irgendwie fünfter in meiner Altersklasse bin, aber gucken wir mal. Eigentlich ist mein Ziel Hawaii. Insofern, also ich würde eigentlich eben gerne wenigstens einmal noch nach Hawaii fliegen. Und wenn die WM jetzt zum nächsten Zeitpunkt wieder woanders ist und nicht auf Hawaii, dann würde ich mir doch sehr überlegen, ob ich da hinfahre, weil dann habe ich zumindest auf jeden Fall schon mal einmal irgendeine WM erlebt in Nizza und dann wäre mein eigentliches Ziel eigentlich nur noch Hawaii und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt tatsächlich woanders nochmal hinfahren würde, weil ich dann da nicht so richtig den Sinn drin sehe, weil das erste Mal WM habe ich damit abgehakt und das zweite Ziel einmal nach Hawaii fehlt dann immer noch. Insofern würde ich dann wahrscheinlich den Reise- und Kostenaufwand dann doch mir einsparen und mich lieber auf Hawaii fokussieren. Mein Ziel in Nizza ist auf jeden Fall erstmal gesund an der Startlinie stehen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich jetzt von meiner Persönlichkeit her jetzt nicht jemand bin, der sagt so, ich gehe da hin und gucke mal und freue mich irgendwie, wenn ich da irgendwie durchkomme und genieße die Stimmung und notfalls gehe ich den Marathon zu Ende. Wenn es dann gezwungenermaßen so sein muss, okay, aber eigentlich will ich da schon doch nochmal meine körperlichen Limits irgendwie ausreizen und alles geben und irgendwie die bestmögliche Zeit hinlegen, die dann eben meine physiologische und gesundheitliche Situation dazu lässt und dann doch gerne so weit vorne wie möglich dann eben dabei sein. Also Triathlon nimmt in meinem Leben schon allein dadurch, dass es eben auf der langen Distanz schon sehr viel, auch umfangmäßig Zeit erfordert, sehr großen Raum ein, muss man sagen. Es ist jetzt eben nicht so, dass ich das voll beruflich mache, Vollzeit da tätig bin und irgendwie das eben immer noch einfach ein Amateursport ist eigentlich bei mir. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass auch als Amateur man eigentlich dieselben Zeiten da reinsteckt wie ein Profi mit dem einzigen Unterschied, dass man eben als Profi irgendwie das Einzige ist, was man tut und man sich irgendwie den Rest des Tages auf die faule Haut legen kann, so ungefähr und sich irgendwie vom Physio bearbeiten lassen kann. Und insofern erfordert das natürlich schon extrem viel Koordination und Disziplin, dass man das eben trotzdem ja alles kombinieren kann. Studium, Sport, Freunde, Familie, Beziehungen und so weiter. Das ist natürlich was, ja, da muss man sich schon immer sehr fokussieren und sehr diszipliniert sein und da fallen natürlich bestimmte Dinge, die andere vielleicht so machen, dass man sich irgendwie abends hinsetzt und irgendwie fünf Stunden lang die neueste Netflix-Serie wünscht. Das fällt dann eben schon mal weg. Das ist aber auch tatsächlich nichts, was ich irgendwie so vermisse. Mir gibt das einfach unheimlich viel, deswegen stecke ich da auch gerne Zeit rein in den Sport. Ich mache gerne irgendwie Intervalle, V2 Max oder so. Also ich schieße mich halt gerne ab und das gibt mir halt gut die Gelegenheit dazu. Weil ansonsten halt auch beim Laufen, aber da kommen halt immer aktuell auch so orthopädische Probleme dazu. Das heißt, da muss ich immer noch so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das gut geht, dann mache ich auch gerne beim Laufen Intervalle. Schwimmen kommt auf jeden Fall als letztes, wo mir das inzwischen auch deutlich mehr Spaß macht als früher. Also ich projiziere eigentlich genau das Trainingsprogramm, was ich jetzt auch irgendwo in der Halle schwimmen würde. Das heißt, ich schwimme ja auch ganz normal Intervalle. Rechne das Ganze dann immer so bis runter. Man kann da Prozente eingeben, hat dann theoretisch auch gewisse Geschwindigkeitswerte, dass das eben darstellen soll. Das ist aber nicht so ganz genau. Ich mache das immer dann so ein bisschen nach Gefühl und gehe dann eben vor allem nach Zeiten und übertrage das Programm, was ich dann auf der Bahn schwimmen würde, eben auf dem Gegenstrompool hier. Man muss eben immer schauen, dass man eben vernünftig priorisiert und sich auf die Sachen fokussiert, die wirklich dann Erfolg bringen, beziehungsweise dann auch, dass die Ergebnisse bringen, also sowohl im Training als auch im Bereich jetzt von Studium, Arbeit, Familie, Freunde, Beziehungen, sowas. Es trägt aber, glaube ich, auch unheimlich viel einfach zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Weil es führt einfach dazu, dass man sehr, sehr viel besser mit schwierigen Situationen umgehen kann. Ja, gerade so Rückschläge und sowas lernt man sehr, sehr gut mit umzugehen. Das überträgt sich dann eben auch auf andere Bereiche. Man ist sehr, sehr viel disziplinierter, auch jetzt nicht nur im Sport, sondern eben auch im Berufsstudium und allem anderen. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr gut investierte Zeit. Und ich könnte mir nicht vorstellen, meine Zeit irgendwie besser zu investieren, so langfristig. Solange man die Zeit eben hat und es irgendwie koordinieren kann, würde ich das immer wieder so machen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das immer wieder so machen kann, dass ich das immer wieder so machen kann. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das immer wieder so machen kann. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das immer wieder so machen kann.